Servus, wir sind hier auf der Regensburger Duel, dem Atmatsherzl. Und zu Herbstduel hat sich das Herzl was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich ein Gewinnspiel. Was ihr gewinnen könnt, das sagt euch jetzt die Jasmin. Hi, Servus. Hi. Wir verlosen unter unseren Herzl-Gästen ein Brotzeitbredel für vier Personen, inklusive Firma Speer im Wert von 145 Euro. Das ist cool, aber wie kann ich das eigentlich gewinnen? Ihr müsst lediglich hier auf dem Beitrag Gefällt mir drücken und kommentieren, ob was euch am meisten Freit in der Herbst tut. Und zur Duelzeit ist das ganze Programm noch in der kostenlosen Regensburger Regionallab. Also, lasst es euch runter.